Die Hühner- und Entenbraterei Wildmoser präsentiert die Zeitläuft Wiesenspezial. Zeitläuft. Heute bei Zeitläuft Spezial ein großes Problem, weil die Firma arbeitet direkt an der Theresienwiese. Aber ich soll die mit der Limousine abholen, ist ja blödsinn. Wir haben eine Lösung. Ich habe meine Limousine und mit der hole ich jetzt meine Kandidaten ab. Auf geht's. Bin ich da richtig bei Netz-Effekt? Das sind gerade alle Essen. Und Sie sind die Einzige im Dirndl. Nein, ich hoffe es nicht. Sie hoffen es nicht. Der Vogt Wolfgang, wo ist denn der? Der hat seine Tracht auch dabei. Ja, Moment, Moment. Ich habe meine Limousine ja dabei. Hört es zum Essen auf, es gibt was auf der Wüse. Das könnt ihr morgen aufwärmen. So, dürft es sein acht Leute auf einmal mit. Wo ist deine Tracht? Man braucht da hinten. Schau, dass du das anziehst. 15 Minuten Zeit. Die ersten acht, die in meiner Limousine sitzen, sind dabei. Fünfe haben wir. Der Rest bleibt da. Alloyoyoy. Limousinen-Service. Florian Kasper, der sogenannte Juniorwirt. Geht bei dem Wildmusa? So ist es, genau. Florian, was kriegen wir? Heute gibt es einen Schmankerl-Deller. Das ist unsere Spezialität zum Mittagessen. Eigentlich ideal für jeden Münchner. Da ist ein Viertel Anten, ein Viertel Händl, ein hausgemachtes Blaukraut und ein Gnädel dabei. Ich würde sagen, da gibt es nichts Besseres. Was meinst du hier? Fehlt nur noch eins. Bier. Ein Bier. Ja, sowieso. Auf geht's. Na, schuhe auf. Ich sage vielen Dank. Schön, dass du da warst. Könntest du mal wieder vorbei? Ich komme immer wieder vorbei. Das war der dritte Tag mit der Zeit läuft Wiesn-Spezial. Wenn Sie sich noch bewerben wollen, dann ganz schnell unter wiesn.tv. Und was man hört, meine Anten verdauen. Also, bis morgen. Servus. Zeit läuft. neces Mal. Amen. Das war's. Ja, okay. Viel Wiesn-Spezial. Ciao. Alles vor�